Lara Croft Tomb Brother Legend Core Design Developed by Crystal Dynamics Published in North America by Eidos NVIDIA Schreckliches NVIDIA in So Featuring Lara Croft Tomb Raider Legend So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, was ich spielen werde. Und zwar Tomb Raider Legends. Ich habe ja meine schöne Liste und da steht drauf, ich spiele mindestens einen Tomb Raider. Und, ähm, sie waren gerade im Angebot bei Steam. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir kein altes, weil altes sieht scheiße aus. Und, äh, ich hole mir auch nicht, äh, ein so neues, denn davon gibt es, äh, wahrscheinlich sauviele Let's Plays. Und, deshalb habe ich mir ein Mittelaltes geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist, was leider mein Problem ist. Aber ich habe es mir einfach mal geholt und, ähm, die waren gerade im Angebot, also sagt man nichts zu. So, ich habe auch schon ein Spiel angefangen, um, oder kurz angefangen, um einmal alles schön einzustellen. Denn, man weiß ja nie bei alten Spielen, deshalb wollte ich mir auch keine alten Spiele holen, wie das dann mit der Auflösung und mit der Capture-Aufnahme und so weiter klappt. Aber da wird es demnächst vielleicht eine Lösung zu geben, die ich mir zulegen werde. Also, wird es da vielleicht etwas mehr alte Spiele geben, wer weiß. Auf jeden Fall werden wir jetzt, wir spielen mit Maus und Tastatur und wir werden ein neues Spiel starten. Und zwar auf Mittel. Ja, wir möchten den Spielstand überschreiben. Und mir ist das noch immer was zu laut. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Lady Croft, bitte bleiben Sie sitzen. Hier ist Bravo Tango 229. Acht-Bord-Border verloren. Versuche, Klempforschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuermord-Border reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Unabricht aus verlierender Höhe. Ja, wir stürzen ab! Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden. Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Ich denke, du hast deine Kletterausrüstung aufsichtig vergessen. Wie kommst du denn darauf? Ehrlich, Sip. Das ist wie Treppen steigen. Nur nicht so langweilig. Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, Alice, er ist zurück. Schnapp dir ein Headset. So früh zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Na klar. Klettern. Alistar, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Entzückend. Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Okay. Wärm zu springen. Langsam laufen. Ach, das ist Schleichen. Das ist... Hübsch laufen. Dann können wir so hochkommen. Okay. Ja, wir spielen, äh... Lara Croft. Wer hat es noch nicht erwartet. Ähm... So. Und wir spielen natürlich die PC-Version auf... ... ... ... ... ... ... ... ... So, hier komme ich nicht hoch. Gut. Dann, ähm... Müsken wir da weiter. Gut, ähm... Ja, der Anfang sah nicht so aus wie, äh... Das Reboot, das ich kenne. Also... Im Reboot ist ja... Lara Croft... ...sozusagen erst zu so einer Tappenfrau geworden. Als sie... ...sozusagen... ...auf... ...eine Insel war. Okay, insel auch hin. Okay, da... Wenn ich hier... So, man muss eh... ...rücken... ... und... Okay. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool. Angeblich ist er wasserdicht. Du kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du hast ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Wieso eine Stunde? Erstmal wieder zurück. Weil... Da hinten war noch was. Gut. Ähm... Auf jeden Fall... Ja. Sozusagen... Und hier... ...hat man schon... ...von Anfang an sozusagen... ...jungen merkt, dass die... ...Lara von Kindesbeinen an... ...sozusagen so mutig sein soll. Gut. Und scheinbar sind wir hier in einem Level... ...Einsatzziele... ...Bolivien... ...Daten... Ah... ...Anja hat angerufen... ...Anja hat angerufen, dass sie Gerüchte über einen alten bolivischen Tempel in der Steinstrade ge... Hä? Sie hat Gerüchte über einen alten bolivischen Tempel mit einer Steinstrade gehört. Könnte der... ...könnte der Tempel sein, den ich suche. Darum kümmer ich mich gleich morgen früh. Ja. Einfach mal... ...nach... ...Bolivien fliegen. So, ich habe... ...zwei Pistolen... ...einen Magnethaften... ...einen Medipack... ...zwei Medipack... ...ein Fernglas... ...und eine ultraleichte Tragqualitätlichtquelle... ...Kinet... ...Kinetisch auf... ...eine... ...die Kinetische aufgeladene Lampe leuchtet... ...eine kurze Zeit und schaltet sich automatisch dann ab, um sich erneut aufzuladen. Okay. Gut. Oh, was ist denn jetzt los? Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich frage mich, was los ist. Drücken sie leer... ...an einer Ranke... Zack. Zack. Das ist gerade... Entfernen. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Kann sie nicht auf den Bildschirm. Entfernen. Was ist denn das für eine scheiß Kast... ...Kastentormination? Wenn Lara zu früh stellen, kann sie sich nur mit einer Hand festhalten. Okay. Gut. Äh, wir wären wahrscheinlich gerade durch so ein Tutorial geleitet. Ausmachen. So. Tief durchatmen, Sip. Sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. ... Drücken sie eh... ...um ihre Bewegung zu beschleunigen. Gut. Ähm... Nein. Zack. So. Jetzt sind wir hier oben. Oh shit. Nicht gut. Ja, das war's. Egal, wir können weiterlaufen. So. So. Hm. Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiße, ja. Ich werde es Rodman selbst sagen. Geht ihm das vom Gericht. Ich lebe... Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Kein blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Drücken sie Bild nach unten, um sein Fernblast zu benutzen. Also, äh... Die Tastenkombinationen sind richtig scheiße gelegt. Ich muss nur mal so sagen, ja? Das müssen wir für die nächste Aufnahme dringend ändern. So. Da ist noch ein, äh... Ok. Schön. So. Die kommen jetzt hier hoch. Mal was da oben ist. Also hier hopp. Dann... Zack. Das Ding können wir mit E greifen. Dann müssen wir es wegschieben. Oder wir machen es so. Und springen wie üblich daneben. Hm. Achso. Wir können ja gar nicht drauf in den Lauf. Wir müssen uns da dann festhalten. Das Ding können zumindest machen wir. Wir müssen und noch... weil sonst das. Wow.